Pietro Lombardi und Laura Maria zeigen sich plötzlich wieder als Paar auf Instagram, obwohl zuvor von Trennung und Polizeieinsatz die Rede war. Was ist bloß los bei Pietro Lombardi, 32, und Laura Maria Rüpper, 28? Erst hieß es laut Berichten und Personen aus ihrem Umfeld, das Paar habe sich nach einem heftigen Streit getrennt, Laura sei mit Blutergissen am Hals in einer Klinik behandelt worden, und Pietro dürfe sich seiner Verlobten nicht mehr nähern. Sogar die Polizei ermittelte wegen Körperverletzung, und Lauras Eltern hätten ihre Tochter in ihrer Entscheidung zur Trennung unterstützt. Jetzt zeigen sie sich in einer Story wieder als Einheit, auf Instagram zeigen sich Pietro und Laura plötzlich als verschmustes Paar, ihr jüngster Sohn friedlich im Arm. Dazu schreiben sie, wir sind schockiert, was gerade alles in den Medien verbreitet wird. Sie kritisieren, dass vieles falsch dargestellt worden sei. Die kryptische Botschaft und das liebevolle Bild werfen jetzt Fragen auf, sind sie doch noch zusammen? Da die Paparazzi uns auf Schritt und Tritt verfolgen und uns belästigen, um das erste Bild von uns zu bekommen, nehmen wir ihnen das hiermit vorweg, heißt es weiter. Für die Fans bleibt die Situation rätselhaft. Das Bild von Harmonie und Zweisamkeit steht komplett im Widerspruch zu den Schlagzeilen der letzten Tage. Fest steht, die Verwirrung um das Paar ist größer denn je. Stattdessen